Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Test in Landwirtschaft Simulator 2013. Heute teste ich für euch die manuelle Zündung und ja, ich hätte gesagt, wir schauen sie uns doch gleich mal an. Ja, der Mod ist so gedacht, wenn man auf den Traktor aufsteigt, dass man den Motor manuell zünden muss. Normalerweise bei den Standard-Maps oder beziehungsweise bei der Standard-Map Hagenstedt ist dieser Mod nicht vorhanden. Das heißt, wenn man auf den Traktor steigt, läuft automatisch der Motor und wenn ich absteige, dann ist der natürlich wieder aus. Ja, bei diesem Mod hier ist es so, man muss erst den Motor vorwärmen mit der Taste Z. Das finden wir und können wir auch nochmal oben in der Infoleiste lesen. Also wir drücken die Taste Z, dann dauert es drei bis vier Sekunden und dann kann man den Motor starten. Ja, es funktioniert alles, wie gehabt eigentlich, die Geräusche sind gleich geblieben, sonst funktioniert auch alles. Und jetzt, wenn ich absteige, dann springt und geht der Motor nicht aus, er bleibt an. Und jetzt könnte ich es theoretisch bei diesem Traktor auch noch machen. Ich wärme ihn vor und starte ihn. Und links unten in der Ecke finden wir auch nochmal ein Symbol, wo dann, ich kann es nochmal einen anderen Traktor zeigen. Hier links unten sieht man dann das Sperr-Symbol, also hier ist ein Schlüssel angezeigt. Wenn man jetzt die Taste Z drückt, dann sieht man verschiedene Symbole. Wenn das gelbe Symbol verschwindet, dann wurde der Motor vorgewärmt und man kann ihn starten. Ja, das funktioniert alles. Man kann auch so viele wie möglich starten. Ich weiß nicht, ob das Sprit verbraucht. Weil logisch wär's natürlich, weil in echt, wenn man die ganze Zeit den Motor anlässt, verbraucht es natürlich auch Sprit. Ähm, und wenn man einfach so losfahren möchte, obwohl der Motor noch nicht angeschaltet ist, dann erscheint hier diese Warnung, starten sie den Motor. Ja, ähm, ihr müsst den Mod herunterladen, dann ist der automatisch im Spiel. Ähm, das ist eigentlich sehr praktisch, also ich find's sehr cool. Weil, wenn man auch mal zu die Traktoren switcht, mit der Tabulator-Taste, dann kann man super losfahren. Und muss nicht ewig warten, also das ist schon echt cool gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob's im Multiplayer geht. Ähm, im Singleplayer sicher, aber im Multiplayer glaube ich auch. Man muss den Mod-Halter zunehmen. Ähm, natürlich werde ich diesen Mod wieder in der Beschreibung verlinken. Von mir bekommt der Mod 5 von 5 Sternen, weil eigentlich ging alles und gepasst hat auch alles. Ja, ähm, ich freu mich, dass ihr wieder zugesehen habt und verabschiede mich an diesem Punkt mal wieder von euch und sagt da mal wer. Ciao, Leute!